Hey Freunde, willkommen zum heutigen Test. Wir haben hier die Ultraviolett von Blackbox, eine 13-Schuss-Batterie. Ja, ich habe sie schon seit 2019. Ich habe sie damals mal bekommen für 17 Euro, soweit ich weiß. NEM haben wir bezahlt, NEM haben wir bezahlt, nein, NEM sind 253 Gramm. Ich weiß gerade nicht, was die aktuell kostet. Ich kann euch nochmal einen Preis einblenden und ja, wie gesagt, vom Blackbox will ich endlich mal testen. Soll ja ein sehr schöner, edler Effekt sein und dann würde ich mal sagen, gehen wir gleich mal raus und zünden die Blackbox Ultraviolett. Bis gleich draußen zur Zündung. So Freunde, wir kommen jetzt hier zur Weidet von Blackbox. Jo, kann ich mal sagen, sind wir ab. Freuen wir uns. Na ja. Ja. Sehr schön. Ich fahre auch sehr edel. Also kommunisch gegen so haben. Also da auf jeden Fall ein Dornen nach oben. Ich fahre auch sehr edel.